Natürlich hab ich Hunger, was auch sonst. Vielleicht hilft es auch, wenn den Kopf dagegen zu rennen, immer und immer wieder. Ja, das hilft eindeutig. Hat's geholfen. Nein, der greift mir nicht ein. Ach, so ein Arsch. Wollen wir sowas bauen wie ein Haus? Aua. Aua. Aaaaah. Achso, wir sind nur noch zu zweit. Sagt das doch. Der Bubi ist, glaub ich, deine Sachen eingesammelt, weil ich dachte, das wäre von den Viechern. Das macht ja nichts. Doch, ich schäme mich ein bisschen. Also ich hab die Wahl, entweder ich nehme eine Taschenlampe oder ich fuchte die ganze Zeit mit meinem Schwert rum. Lass mich mich erstmal heilen. Dann können wir das machen. Dann kann ich die Taschenlampe führen. Mein Schwert macht auch Licht. Ja, das hab ich mit meinem Sperma gemacht. Aber vielleicht sollten wir auf Sammel warten. Ja, egal. Sammel, du schon wieder hier bei mir. Ach so. Ach stimmt, wir können uns ja porten. Könnt ihr mal auf mich warten? Ich muss hier die ganze Zeit Sachen einsammeln. Oh oh. Aua. Au. Äh. Wieso kann das ja auch durchfliegen? Wieso kann das ja auch durchfliegen? Ja, safe. Kann ich gar nicht tiefwinkeln. Siehst du, Luna macht auch Licht. Jaja, das hatte ich wie gesagt mit meinem Sperr genauso. Was ist das? Ach, Farbe. Ich brauch keine Farbe. Hä, wo ist meine Taschenlampe? Verbraucht sich eine Taschenlampe? Nein. Ich hab meine Taschenlampe nicht. Äh. Ich hab meine Taschenlampe nicht mehr. Wo seid ihr? Ganz oben. Weiter gelaufen. Oh. Ich bin in der Höhle. Oh nein, da ist ein Vogel. Und ein Schleim. Oh mein Gott. Aua. Ich seh halt nix. Ui. Oh, hier ist der Höhleneingang auf dem Planeten. Wie du die eiskalt nichts mit mir bauen willst. Oder ist das der gleiche Planet, wo ihr schon wart und die Sachen geholt habt? Ne, ne. Ne. Das sieht zwar genauso aus, aber nein. Also ich möchte jetzt einmal in die Höhle rein und dann möchte ich einen Lager aufbauen. Ja, Tobi, halt mal wache, ne. Mhm. Nein. Ah. Ey. Au. Unser Wächter versagt. Servi, jetzt gib mir mein Bett zurück. Ja. Auf jeden Fall bin ich das. Ey, Tobi. Äh, ich hab das nicht. Das musst du haben. Oh. Ja, er hat's eingesaugt. Da rechne ich doch nicht damit, dass es plötzlich bei mir liegt. So. Tobi, du solltest danach auch mal schlafen. Ich komm gleich wieder in sein Zelt. Warum nicht Sevens? So, hier ist jetzt noch eins. Dank immer noch. Meine Augen sind mir dann zu. Verdammt, nicht mehr. Das Problem ist nur, ich hab jetzt echt keine Taschenlampe mehr. Man kann sich doch nachher eine craften, oder? 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 Äh. Oder, 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 oder? Also, ich kann ja nicht antworten. Nehme es doch mit, ja? Oh, der Stuhl auf dem Sitz, den nehme ich auch mit. Okay. Dein Feuer? Mh, meins. Ich glaube, sie. Hallo, Trainer. Hallo, Trainer. Da nehme ich halt auf den Stuhl. Das ist meine Kiste. Auf meine Kiste. Nur eine Taschenlampe. Hä? Habe ich? Ja. Wo ist die denn? Müsste im ersten, im Etat. Super, danke. Ich hatte auch so irgendeine Grund zwei. Ja, wahrscheinlich habe ich meine irgendwie weggeschmissen, oder so. Mutlich. Okay, soll ich dir nicht machen? Ich mach dir lieber nicht, glaube ich. Ja, mach mal nicht. Äh. Jetzt lass mir doch auch mal was. Hallo. Du, 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 du schneller. Oh. Au. Okay, drittes Zelt. Oh, ich hab Fenzen allein. Ey. Ach so, das ist kein drittes Zelt. Okay, nein, das ist kein drittes Zelt. Oh, hier sind wir schon. Okay. Warte, wo ist denn das mein Zelt? Ne, das war nicht dein Zelt. Ach der. Oh, die sind so süß. Ja. Angriffe ist die. Ich kann halt mit, ich kann nicht unten. Oh Gott, servo. War doch easy. Da rumverförde, wenn den die noch nicht hatten. Ich hatte die schon. Okay, hör mir nicht. Alle von diesen kleinen Viechern sind ab jetzt Weisen. Ab trotzdem mein Zelt nicht. Ist okay, ich nehm sie alle auf. Wir sollten die Kistenerwette mitnehmen. Ja, ich hab den Inhalt schon genommen. Also den Rest könnt ihr nehmen. Ich bin da ja nicht so. Äh, hupsi. Ach so, da ist noch ne Tür. Wie viel Leben geht mir daraus. Ähm. Äh. Ist Seven grad schon wieder geplatzt? Nee, ich versuche mich nicht zu bewegen, aber... Jetzt sammeln wir halt schon wieder sein Zeug auf. Egal. Na, ist ja egal. Können wir ihm wiedergeben. Ja, wenn ich wüsste, was seins ist und was meins. Ich hab mal die Lampe weggenommen. Sorry. Hi Seven. Hi Seven. Oh, das ist ja so ein Spukkart. Ich will die Tonne haben. Mit R gehe ich auf. Weil ich auch so ne Tonne bin. Haaa! Töne. Eins, zwei, drei, okay. Ah. Was? Ah. Au. Was? Ich seh nix. Au. Oh, ich hab ne Treppe mitgenommen. Äh. Ah. 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 Konnte man hier nicht eigentlich mal erfrieren? Äh, keine Ahnung. Seven, was machst du da? Ich hab was gefunden. Wo bist du denn? Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Oh. Oh! Oh. Oh. Ah. ich habe halt ich mal ach quatsch es geht noch außerdem weiß ich nicht wie man sich hält was ist das das erz des kupfer jedes ding was explodiert ist ja seven mit dem in die hand nehmen und dann links klick das ist nicht was ich wollte aber ja gut dass du dich gerade also da ihr jetzt die coolen schwerter dinge hat muss ich ja gar nichts mehr machen ich bin jetzt nur noch lampen tante da oben ist ein grüner blob der böse ist mach mal was ich bin nicht das was du fassen sollst ich bin kein monster ist ja nicht nach oben ich bin nach unten wollen wir nicht hoch dachte ich ja schon aber ich muss auch so wieder hoch kommt ja wir sind oben also hier kommt man raus wir sind an der oberfläche genau hallo oberflächlich preise an und ich kann so bitte was tante ach so ja 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 ich habe nicht tante verstanden aber naja wenn er an der gicht hat bin ich das alles gute kommt von oben oder auch nicht müssen wir nicht eigentlich nach links um wieder zu dem ding zu kommen wir können ja auch einmal rumlaufen dass der planet ja aber wie lange wie groß ist denn der normalerweise nicht so groß ach normalerweise na dann da ist irgendwas explodiert ich glaube wir sind wieder an dem anfangshaus nein der hat eine quest für mich der quest für mich nur für mich allein der will doch vier iron ohr ich habe doch euren ohr ich habe kein euren ohr euren ohr mir will der gar nichts so wie hat natürlich wieder euren ohr dann gibt mir das doch mal ich habe doch 18 euren ohr wieso will er die denn nicht wir müssen das monster töten was zu der quest gehört wo denn ich weiß nicht ich habe den quest tracker aktiviert moment ist die truhe ach so warte hier rechts nee das war die andere warte die da hier lang ja warte da ist ein vieh guck mal hier das haben wir sind tot das haben heilig bitte ist ja kein schnell knapp für ja wenn du es oben ausgerüstet kannst du das schnell machen weißt du es auf sechs hauen und dann okay ich schätze mal zwei werden warte mal 7 warte mal 7 na los oh das wollte ich gar nicht du hast gerade irgendwas von mir gegessen wie kann ich dir das dann geben jetzt danke gut droppen ja aber dann muss ich erstmal au au jetzt habe ich es gedroppt und jetzt habe ich es wieder eingesammelt weil aua weil aua ja weil aua warte hier ok tobi kannst du mal weg gehen bitte ok die essensverteilung ist nur für selber weil ich glaube ich seine sachen aufgesammelt habe so ich finde ich steht ziemlich majestätisch da mit meinem sperren das ist eine axt oder nein man könnte es als axtsperr ja du hältst es wie ein speer aber es sieht aus wie eine axt finde ich falsch ob es da ein fachbegriff für gibt es keine länder entdeckt bestimmt aber ich kann ah wie gesagt wie ein hellbade sieht es halt eher nicht aus Schleim ich habe Angst Schleime sind böse Schleizer könnte es sein wer ist das Ding aus auf auf Puls Lanz Lanz ist es anscheinend irgendwas hier ist nicht bin ich bin ich mit dem Bild hallo ne ok willkommen bei den super geht es ah iki hochu hochu äh ich komme hier nicht mehr hoch warte ist alles safe passiert da keine ich habe mich erschreckt alles hast du die dinge nicht immer mitgenommen eigentlich ja der machst du halt Dings raus ja soll man viele mitnehmen die wollen wir so viele und beide gehen dann vorbei willst du ja aber ich kann die nicht immer mitnehmen weil ihr rennt dann weg von mir ne ich muss mir hier eh erstmal durch den Stein graben dann muss man aus der Hülle rauskommen muss man hier rumstehen als wäre ich eine Waffe ja ja du sie das machst du am besten ne gut bittesten mehr her so doof bin ich auch nicht habe vielleicht nicht alle erwischt weil die zu weit weg waren aber mhm ok jetzt muss er irgendwie in der Höhle runter ja hier ist jetzt links unten mhm nehmen wir die na auch nicht lass die nehmen hier die ist bestimmt auch riesig könntest die vielleicht sogar ein bisschen mehr tatsächlich ist das ein bisschen mehr auf ich vermisse irgendwie das Licht ja wenn ihr mich mit hier mit Monster alleine lasst ich hätte ja irgendwann mal verfallen oh gut Lichttante war schon da also ich kann halt nicht Licht halten und Sachen sammeln ne ach ja dann kann ich mal kochen warte 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 ja aber du musst erwarten sonst sonst fallen wir doch da runter das ist nach unten rechts da ist irgendwie ein Schacht oder sowas äh Seven spring mal jetzt runter sonst tut's weh ich hab da sein Bild geändert wurde äh ja hab ich irgendwelche Erde oder so ne ich hab da was sie sich da drauf fallen können das war gut oh du hast das Monster ach so das sollen wir töten äh ich wollte grad mit dem reden ja hallo Monster ich habe die beste zu töten wie geht es dir? Hunt the Monster äh 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 ist da genau der Mittelpunkt vom Planet und der Typ ist dann entweder links ja links oder rechts ja scheinbar nice wo gehen wir lang? habt ihr alle jetzt noch Hunt the Monster was auf diesen Punkt hier zeigt? ja was für ein Ding? oder hat Seven the Kill gekriegt? ich hab gar nix also ich hab noch Hunt the Monster ich hab Collect Fragments die ganze Zeit schon ja weil du nicht unbestellt hast ich hab die Quests nicht eingeladen oder? Tiaco Strait Check Quest so Hunt the Monster und jetzt? hm Topi hast du die Quests gekriegt? da zeigt vielleicht nicht auf den Punkt hier vielleicht zeigt er nicht auf den Punkt sondern zeigt wirklich zum Händen ne es macht keinen Sinn es wäre ein anderer Sonne also bei mir zeigt er genau hier hin ja bei mir auch ja bei mir auch hier macht er immer so einen coolen Schwung ok das wird der Sand sein ich baue den Sand ab dann haben wir alle fertig so ja best au wie gut das gepasst hat oh diese riesige Hase das müssen wir eigentlich jetzt haben das ist mein Schwertwerk oder meine Waffe allgemein weil ich Kuh gedrückt habe für Quest alles klar kann ich mir jetzt jemanden wieder zurückgeben meine Waffe hä? wie? ich habe Kuh gedrückt für Quests oh ich habe sie warte war nicht so oh hups jetzt habe ich ja eine Waffe das ist aber schön oh das ist aber hübsch fang sonst kriegt sie Tobi oder so und dann muss er wieder wegschmeißen dann kriege ich sie wieder dann muss ich wieder wegschmeißen dann dann das